Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Das hat mir ein Fan geschickt auf ein Video von mir hin, wo ich von Steffi schon was gekriegt hatte für meine Tochter und der hat gesagt, der hat dann noch was rumliegen, der braucht es nicht, ob ich es haben will für meine Kleine. Er hat gesagt, ja. Uff, komm her, hat er aber gut verpackt, ganz viele Schnipsel hier drin, da muss ich aufpassen, dass ich mir die nicht in der Wohnung verteile gerade. Noch was Kleine bei? Ne. Gut, dann kann ich das hier auch wieder hochmachen. So. Und wir haben jetzt hier Harry Potter, Heiligtum, was? Und die Heiligtümer des Todes ist Teil 2. Dann haben wir hier Heiligtümer des Todes Teil 1. Dann haben wir Harry Potter und der Feuerkelch, Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter und der Halbblutprinz, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Harry Potter und die Kammer des Schreckens und Harry Potter und der Stein der Weisen. Also, alle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Filme, beziehungsweise der letzte ist ja ein Film, aber in zwei Teile, ja, für meine Tochter, die wird sich freuen, kann sie dann schön gucken. So. Ah, fuck. Oh, da sage ich schon mal ganz recht herzlichen Dank. Ich werde dir die nachher geben, wenn ich sie aus dem Hort hole, da wird die sich freuen. Dieses Wochenende sind wir noch beschäftigt, da wird nichts mit großartig Film gucken sein, aber danach die Tage, da können wir uns den schönen Harry Potter Marathon liefern. Ja, sozusagen. Na, mal gucken. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Heute Abend werde ich noch ein Unboxing machen oder eine Vorstellung machen, weil das wird ja nicht verpackt sein. Da hole ich mir noch zwei CDs, ein T-Shirt, Aufkleber, ich weiß nicht, was da alles noch drin ist, von Inge und Heinz ab. Das habe ich schon ein Video gemacht, das muss ich noch bearbeiten, wo ich so ein Fanpaket gekriegt habe. Die hieß im Frühjahr Inkompetent, das ist meine Lieblingsband aus dem Umkreis hier. Und, ja, das werde ich heute Abend machen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.